Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Sind Sie auch so gespannt darauf, wer am nächsten Sonntag zur Bundeskanzlerin gewählt wird? Viele Wähler sollen ja immer noch unentschieden sein. Um die wird bis zur letzten Sekunde gekämpft. Wobei sich in der Bevölkerung nach den Erfahrungen der letzten zwölf Jahre mit Rot-Grün, mit Schwarz-Rot und jetzt mit Schwarz-Gelb nicht ganz zu Unrecht das Gefühl breit zu machen scheint, es ist doch eh egal, wer sich da als uninformierter Laie an der Spitze des Staates vom Großkapital und der Finanzwirtschaft rumkommandieren lässt. Wenn Sie einen Nichtwähler mit der Waffe bedrohen und auffordern, er soll sich gefälligst entscheiden zwischen Merkel und Steinbrück, kommt von vielen als Antwort ein resigniertes Och, drück ab. Tief im Innern ahnt das Wahlverfolg längst. Es geht bei Bundestagswahlen um optische, nicht um politische Entscheidungen. Es geht um Peers' Stinkefinger gegen Merkels Raute der Macht. Wobei die Raute der Macht eher ein Bermüder-Dreieck ist, in dem alle Inhalte und Themen spurlos verschwinden. Genauso wie der Stinkefinger. Und so muss sich der verzweifelte Nichtwähler dann anhören, dass er die Demokratie gefährdet. Genau, nicht die längst von keinem mehr zu kontrollierenden Geheimdienste, die alles und jeden abhören und in Zukunft auch manipulieren können und werden. Oder die von Goldman Sachs angeführten Finanzjongleure, die längst ganze Länder samt ihren Einwohnern zu Spekulationsobjekten degradiert haben, gefährden die Demokratie. Nein, es sind die Menschen, die nicht länger so tun wollen, als hätten sie am Sonntag eine Wahl, die unsere Demokratie gefährden. Dass unsere ganze Post gelesen wird und unsere Kontobewegungen überwacht werden, dient doch nur unserem Schutz. Die da oben meinen, es ist doch gut mit uns. Das ist doch Tradition im christlichen Abendland, dass da oben einer sitzt, der alles sieht und hört. Im Abendland wachsen die Kinder damit auf, dass am Ende des Jahres der Nikolaus kommt und ihnen aus einem großen Buch vorliest, was sie so alles angestellt haben. Nach dem Motto, die E-Mail hättest du aber besser nicht geschrieben, mein lieber Junge. NSA steht für Nikolaus sieht alles. Aber Mutti passt schon auf, dass nichts passiert. Und am Sonntag haben wir die Wahl, wer in den nächsten vier Jahren Muttis Handlanger sein darf. Die Gelben, die Roten, die Grünen oder am Ende sogar die AfD. Die Affen für D-Mark. Bis neulich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017